hmm oh, Granaten sind schön us-hässlige Mensch Ups Pff, I'm the fucking engineer Aha Jaa, dankeschön Das ist... Mist, ich möchte das gar nicht Ja, nicht, aber Ich muss mal gegen die Beta spielen hier wenigstens Gegen die hässlige Beule hier Alter, nehmt ihr mal Schaden Danke Geh doch Boah, Mondsteine wieder So, den ist... Oh, jetzt wäre Leben für dich gewesen Hm Hm Fähre, ne Nenn ich schon da Wieso? Woher? Von oben Boah, du Bastard da hinten Fick dich Danke Genau, jetzt sind wir beide super toll fantastisch Super toll fantastisch Wie das Inventar immer schnell voll ist, ne? Ehrlich Ist ja das ganz behutsam Oh, ich hab wieder genug Wasser Munition dafür Wie ist das? Der... 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 Der leckt nichts Kopf Hup Ich hab gar nichts mehr Toll Heilung Oh, schön Aber du machst es immer zu schnell Was? Wenn du drückteilst es nämlich nicht, dann kannst du meine die Heilung mit aussammeln mit einmal Wie ich brauche Ist ja Heilung Ach, Fick dich Schon hast du wieder ein, da ist die Money Knöpfe hin drücken Okay Geht nichts Auaah Der für den drücken Der für den drücken Ah, hier wird's ihn Bäm Derb Aha Ja Alles klar, von da oben Hinter dir ist ein... Geschütz, ne? Ach, cool Hallo Oh... Ja, geil Wow Bye Ich bin von allen Seiten angeschossen wärst du mal, ne? Ja Egal, ich mach einfach meine Fähigkeit an, fertig Hüpft mich jetzt nicht Ja komm hier weiter Wir müssen ja hier lang Und endlichkeiit Und endlichkeiit Woii Woha Wow Alter Weiter 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 Wir müssen anders an den Laser rankommen Äh, okay Wie wär's damit Wenn wir in den Pasmaleitungen eine Kettenreaktion auslösen Wird ein Loch in die Station gesprengt, durch das du zum Laser klettern kannst du zu tun Ja, ich mach grad wieder so'n scheiß Flieger Ja, ich mach grad wieder so'n scheiß Flieger Oh, hier Vorsicht Der wird 20 Wow Fuck Von allen Richtungen eben, ne? Ich lebst Ja, schön Hallo Keine Gegner mehr? Mhm Toll, hast du gut gemacht Oder sonst ich bin hier unten Hast du gut gemacht, du Arsch Du hattest ihm schon gesehen, dass ich tot war Ja, aber ich wollte ja runterspringen, da war ich auch tot Ja, ja Hat sieалы einerein gekommen, hast du gesehen, im Flug war ich toooot Ja, ja Toot Ich will mal gucken, ob wir Mondsteine kassierensten Ne Warum ist das so der Nein, weil hier babies in diesem Scheiß eine Wumloch ist Wumloch generator Die hauen in irgendwelche Dinger rein, das ist unglaublich! Ne, ich muss erstmal einen Punkt hier retten, wisst ihr, irgendwo. Waffenwechsel, maximale Gesundheit, Freirate, Team mach ich auf jeden Fall nicht. Mh... Hier waren wir doch schon. Ich komme! Ja. Und Geronimo Mehr Spieler schon rüber, alles klar Also so ein scheiß Hackenschütze hier Mit dem Mund zum Mund Wo ich noch Gegner sind Scheiß Feldgeschütz Tschüss Dankeschön Was ist denn? Super, ich bin aus der Welt geflogen Ja, schön, ich bin draußen Was sagt der jetzt, ne? Ah Ah, ich bin fast drüben Ah, ich muss mich einfach fassen hinsetzen Kein Bett ist mehr, okay Aber vor allem, das ist echt geil Das sagt halt in dem Moment, wo das passiert Ich glaube, ich komme da oben nicht rein Viel zu weit unten Was ist das? Was ist was? Was war das denn für ne geile Bombe? Keine Ahnung Ja Mist, das schießt auf mich Oh, cool Ja, das ist geil Ja, wo bist du denn? Da bist du schon weiter unter mir, ne? Ja Ja, ich kam da nicht rüber, deswegen Das war das Problem Ich lebe auch wieder Oh, jetzt mal Sauerstoff Ja Fickt euch Ich bin jetzt mal mit ne Granate abgefunden Mit ne Handwerfer Äh Handgran Boah, Raketenwerfer Ja, Raketenwerfer Ich fliege Wohin auch immer Na, alles gibt bei dir da drüben? Ja, ne? Ja Einen hast du schon? Ist ja viel Ja, ich benutze jetzt Obwohl, ich könnte mal Raketenwerfer benutzen Hab ich eben auch gemacht Jetzt hab ich keine Raketen mehr Tun 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 in sichere entfernung noch ein ich bin hier runter da unten sind gegner da war ich ja dann wo kam das denn her nachdem das als dank und weiter darüber nach ich will das valuten darüber aber das ist wie ich bin da voll durchgesprungen ich bin durch die eine ding durch gesprungen ich bin rausgefallen ich bin da voll 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 ich bin da voll